Was ist die Firma, die die sogenannten Gegenmittel gegen Biowaffen, gegen die neuen Erreger und auch mRNA-Impfstoffe produziert? Das heißt National Resilience. Und die Direktoren kommen halt von Banken mit Mafia-Verbindung und auch direkt von der CIA. Und wir haben jetzt die Chance, jetzt halt im Sommer, Herbst 2023 das neue Verbrechen, welches mit National Resilience verbunden sein wird, eben zu tacklen, vielleicht sogar zu stoppen. Sehr geehrter Herr Schöning, herzlichen Dank, dass Sie wieder zu uns ins Aufeinstudio gekommen sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder in Österreich zu sein. Wir steigen gleich voll in die Sache ein, in bekannter Manier, wenn man beobachtet, was die globalen Konzerne, aber auch die regionalen, nationalen Akteure hier alles tun und vorbereiten. Dann kann man irgendwo nicht den Eindruck gewinnen, dass die Pandemie endgültig vorbei ist, dass es mit Corona das gewesen ist und dass 2023 nicht das letzte Jahr war, wo wir in einem Ausnahmezustand gelebt haben. Wie sehen Sie das? Ja, Sie haben recht. Es ist nicht vorbei. Und genauer gesagt, die Pandemien, mit denen ein weltweites organisiertes Verbrechen ja verbunden worden ist, die sind nicht vorbei. Es wird Neues geplant und ich kann heute über die neueste Aufklärung auch berichten. Und diese neueste Aufklärung ist mit einer neuen Firma verbunden, die heißt National Resilience aus den USA. Und einer der Direktoren kommt von der CIA, vom Geheimdienst der USA. Sein Name ist Christopher Darby. Also das sind zwei wichtige Namen, die man sich merken muss. National Resilience und Christopher Darby. Sie sagen jetzt weltweite Verbrechen und nennen konkret eine Firma und eine Person. Was wird denn vorbereitet und um welches Verbrechen soll es sich denn handeln? Ja, wir haben ja gesehen, dass ein Stoff wie zum Beispiel ein Coronavirus, das ja künstlich hergestellt wird und dazu gibt es auch ein Gegenmittel. Und mit diesem Gegenmittel kann man dann viel Geld machen. Man kann damit Zwangsmaßnahmen verbinden und auch eine politische Agenda, sodass man vieles durchdrücken kann. Und wenn ich jetzt sage, das Coronavirus ist künstlich, dann zitiere ich auch dort Luc Montagnier, einen Nobelpreisträger. Und Luc Montagnier und ich, wir haben zusammen einen großen Dokumentarfilm gemacht, der heißt The Big Reset Movie. Den kann man sich in vier Sprachen ansehen. Und jetzt kürzlich vor ein paar Tagen hat auch die deutsche Mainstream-Presse auch sogar zugegeben, ja, das Coronavirus kommt aus einem Biowaffenlabor aus Wuhan. Und das war die Springerpresse, das war die Zeitung Bild. Ja, wenn man so ganz global einfach sieht, wie werden diese großen Verbrechenswellen vorbereitet, ja, und welches Obermotiv haben wir? Dann kann man es auf die Formel bringen mit Einschränkungen, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Und genau in dieser Phase des einen Schritt zurück, des Abmoderierens befinden wir uns. Es wird künstlich eine Biowaffe in Umlauf gebracht und dann gibt es eine Antwort, ein Gegenmittel, eine Impfung, eine Behandlung, die von den Pharmakonzernen betrieben wird. Und im Windschatten dessen wird die Welt umgebaut, denn sowohl die Finanzmärkte, die Wirtschaft, die nationalen Gesetze, Überwachungsstaat, all das wurde ja im Windschatten dieser drei Jahre eingeführt. Und kann man das so in etwa sagen? Ist das der grobe Ablauf? Ja, ich denke, man muss da etwas fundiert zurückgehen, wenn wir sehen ABC-Waffen, Atomwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen. Das gab es schon in der Welt und das war bedrohlich. Die biologischen Waffen kamen bisher noch nicht groß zum Einsatz, denn es war technisch nicht möglich. Aber wir sind jetzt im Zeitalter Biowaffen. Dieser technische Fortschritt ist möglich. Und wenn wir da zurückgehen, dann sehen wir halt, ja, es gab 1972, gab es so offiziell einen Bann von Biowaffen. Die durften nicht eingesetzt werden, nicht produziert werden, nicht gelagert werden, total nicht. Und das hat interessanterweise der US-Präsident Richard Nixon gesagt. Nur, was halt gut belegt ist, Richard Nixon war der beste Trickser der Mafia, des weltweiten organisierten Verbrechens. Sein offizieller Spitzname war auch Tricky Dick. Ja, und Nixon hat tatsächlich die Biowaffenforschung in den USA nur versteckt und umbenannt. Denn einer der Hauptorte, das war in den USA, Fort Detrick. Und was ist mit diesen ganzen Biowaffenforschern und den Anlagen, den Gebäuden denn geworden? Die sind nur umbenannt worden. Es gab ein neues Schild. Und das Schild hieß dann NCI, National Cancer Institute, Nationales Krebsforschungsinstitut. Das muss man wirklich verstehen. Die gleichen Forscher, die gleichen Gebäude blieben dort und es war jetzt offiziell Krebsforschung. Und was wir gesehen haben, ist tatsächlich, dass in dieser Sparte die Gewinnzahlen, aber auch die Todeszahlen enorm gestiegen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss, dass wir tatsächlich in einer großen Vorbereitung waren. Diese Biowaffen wurden halt ausgesetzt und ein Cover war es zum Beispiel, also eine Verdeckung, dass diese Biowaffenforscher plötzlich dann nach einer Impfung gegen Krebs jahrzehntelang geforscht haben. Das ist jetzt wieder aus der Vergessenheit geraten. Und ganz aktuell, um darin anzuknüpfen, hören wir heute mRNA-Impfstoffe, also tatsächlich experimentelle Gentherapien, gegen Krebs werden uns heute nun verkauft. Ja, es ist besonders absurd, wenn man bedenkt, dass im Zuge der ersten mRNA-Kampagne gegen Covid-19 die Krebsraten und der Turbokrebs in die Höhe geschossen sind. Und plötzlich soll jetzt eine mRNA-Impfung kommen, um auch dieses Phänomen wieder zu bekämpfen. Das würde ja zu diesem kriminellen Kreislauf passen, den Sie angesprochen haben. Vielleicht können Sie noch den Begriff Mafia noch genauer ausführen. Denn die Fernsehzuseher, die uns hier das erste Mal in dieser Konstellation sehen, werden sich natürlich fragen, wie ein US-Präsident, ein guter Trickser der Mafia, war der mit El Capone verwandt? Oder wie hängt das zusammen? Definieren Sie vielleicht nochmal, wie Sie Mafia sehen, denn das ist natürlich eine gewagte These. Ja, es ist tatsächlich gut belegt und an Richard Nixon kann man das tatsächlich sehr gut sehen. Das ist ja schon viele Jahrzehnte her. Richard Nixon gehörte nicht nur zur politischen Mafia, sondern auch wirklich zur klassischen Mafia. Er hatte selber direkte, viele Kontakte und auch seine Förderer, seine Geldgeber stammen aus diesem Milieu. Das ist heute alles in Büchern und in der Forschung halt gut belegt. Aber es ist der Öffentlichkeit nicht so bekannt gemacht worden. Aber da kann man das sehen. Und auch die ganz klassische Chicago-Mafia mit El Capone, Mayer-Lansky, das waren Unterstützer. Und es gibt tatsächlich auch eine Kontinuität, die sich auch über die Jahre der Präsidentschaft von Ronald Reagan auch weitergezogen haben. Das hatte ich auch im Schwerpunkt meines Buches Game Over. Das kann man also wirklich nachlesen, dass auch Ronald Reagan von der Mafia stammt. Ich habe in Ihrem Buch ja viele Andeutungen gemacht, Sie haben viele Namen genannt. Was ist denn die große Strategie dahinter? Was soll damit erreicht werden, wenn Sie sagen, Nixon hat Biowaffenforschung versteckt und hat es weiter betrieben, obwohl es Abkommen gab, dass er das hätte nicht mehr dürfen und so weiter. Was wird denn jetzt ausgerollt? Was erleben wir, wenn wir jetzt das Zeitalter der Biowaffen erleben? Dann war das ja vorher die Vorbereitungsphase Jahrzehnte. Jetzt sind Sie soweit, jetzt setzen Sie es ein. Was soll bezweckt werden? Ja, ich muss klar sagen, ich kann hier nicht über die Motive urteilen. Das ist wie ein Gerichtsfall. Den Tätern ihre Motive auch nachzuweisen, das ist wirklich die Kür. Und das würde ich anderen gerne überlassen. Aber was ich klar belegen kann und viele andere gute, integre, internationale Forscher ebenfalls, ist halt, was jetzt passiert, was passiert ist und was jetzt neu passiert. Und mit dieser Biowaffenforschung kann man halt jetzt Erreger züchten, die zum Beispiel von sogenannten Terroristen ausgegeben werden. Und dann gibt es eine große Panik. Und die wirklichen Killer sind halt nicht Viren, sondern sind Bakterien. Und genau das wird eben auch vorbereitet. Und da wird jetzt Milliarden investiert. Und das Gefährliche ist, dass ich eben auch sehen kann, dass es wieder die gleichen Leute aus dem gleichen Stall sind. Denn zum Beispiel halt die alte Chicago-Mafia, Maya Lansky, Al Capone, wurde von einem Investmenthaus, also von einer Bank gefördert. Das war Allen & Co. Und ein Direktor von Allen & Co. sitzt heute im Vorstand von National Resilience. Und ein weiterer Direktor ist Christopher Darby. Und er kommt direkt von der CIA. Christopher Darby ist auch Vorstand der CIA Officers Foundation und auch Chef der CIA Investmentfirma in QTEL. Also nochmal, die heutige Firma, die halt die sogenannten Gegenmittel gegen Biowaffen, gegen die neuen Erreger und auch mRNA-Impfstoffe produziert, heißt National Resilience. Und die Direktoren kommen halt von Banken mit Mafia-Verbindung und auch direkt von der CIA, namentlich Christopher Darby. Also wir haben jetzt eine neue Firma, die auf den Plan tritt, die den wenigsten bekannt ist, auch mir nicht bekannt war vor diesem Interview. Die eben bestückt ist, wie Sie sagen, aus Personen mit einschlägigen Kontakten, sagen wir es mal so. Und ganz offen CIA-Direktoren. Also Geheimdienst ist involviert. Und was wird jetzt geplant? Was denken Sie, was unterstellen Sie denen, was Sie vorhaben? Also was wir sehen heute, und das ist mit Pressemitteilung auch von National Resilience, National Resilience ist eine völlig neue Produktionsfirma, die sozusagen aus dem Nichts quasi gekommen ist und Milliarden dahinterstehen. Und National Resilience produziert heute mRNA-Impfstoffe für Moderna. Moderna ist eine relativ bekannte Tarnfirma und der eigentliche Produktionsstandort, und genau darauf konzentriere ich mich, auf die Produktionsstandorte, der eigentliche Produktionsstandort ist jetzt National Resilience geworden. Und das ist auch ein Punkt, an dem wir uns festhalten können. Denn in einem geplanten Verbrechen, da kann man noch halt die Namen von Unternehmen ändern. So wie ich das beschrieben hatte mit dem Antragsverbrechen und dem Corona-Verbrechen, war das die Firma Bioport, die sich in die Firma Emergent Biosolutions umbenannt hatte. Das hatte ich in früheren Interviews alles erwähnt und auch im Buch beschrieben. Also solche Namen kann man ändern. Jetzt ist es National Resilience geworden. Und man kann vielleicht auch Personen austauschen, das geht schon schwieriger. Deswegen nenne ich ihn Christopher Darby. Aber was man eigentlich nicht austauschen kann, das sind diese Fabriken. Das dauert Jahre, sie hinzustellen. Und der Standort bleibt. Und wenn man halt auf National Resilience oder Resilience.com geht, dann sieht man auch diese Standorte. Wo diese Sachen hergestellt werden. Und es ist nicht nur jetzt, dass Resilience mRNA-Impfstoffe für Moderna, für Covid-19 herstellt. Sondern sie haben noch viel Größeres vor. Und das ist wirklich sehr, sehr bedrohlich. Jetzt fasse ich noch einmal kurz zusammen. Sie greifen hier zurück auf den Antragsskandal 2001. Im Zuge von 9-11 gab es ja Antragsanschläge. Dann gab es Impfungen dagegen. Und Sie haben ja erklärt, dass diese Impffirmen umgelabelt wurden dann für Corona. Aber es war eine Kontinuität gegeben. Sie sagen, das ist genauso mit der Biowaffenforschung, die Präsident Nixon 1972 dann versteckt hat. Biowaffenforschung, Krebsforschung. Wieder Firmengebäude umgelabelt. Und jetzt sagen Sie, das passiert jetzt wieder mit dieser neuen Firma. Ja, das ist richtig. Sagen Sie, es kommt noch viel heftiger und es kommt noch Großes auf uns zu. Jetzt haben Sie 2018 bereits die Erregerpanik, die wir dann als Corona erlebt haben, vorausgesagt. Das Interview wurde 2019 damals mit Ken Jebsen ausgestrahlt. Sie haben vorausgesagt, es kommt eine Erregerpanik und sie kam dann auch tatsächlich in Form von Corona. Ja, jetzt haben Sie damals schon gezeigt, dass Sie durch Ihre Analysen und durch Ihre Recherchen gewisse Dinge vorahnen können. Und jetzt warnen Sie uns, es kommt noch heftiger. Sie nennen sogar Namen und Sie nennen ein Unternehmen. Und wie heftig kommt es? Was wird denn passieren? Was glauben Sie denn? Was vermuten Sie denn? Es ist tatsächlich so, ich nannte ja schon im Dezember 2018, als dieses Interview aufgenommen worden ist, im September 2019 ausgestrahlt, nannte ich ja Emerging Biosolutions und auch den Direktor Fuad al-Hibri, ein Deutsch-Libanesen, der genau solche Geheimdienstverbindungen hat. Und das ist leider genauso eingetreten. Wir hätten noch mehr Menschen retten können, wenn es mehr Unterstützung gegeben hätte, diese Kunde mehr auszubringen. Und wir haben jetzt die Chance, jetzt halt im Sommer, Herbst 2023, das neue Verbrechen, welches mit National Resilience verbunden sein wird, eben zu tacklen, vielleicht sogar zu stoppen. Denn in einer ähnlichen Weise ist uns das halt auch für einen Teil des Plans für Covid-19 gelungen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte heute nur sagen, was National Resilience auch vorbereitet, hat weniger mit Viren zu tun, mehr mit Bakterien. Es geht darum, auch gerade Antibiotika-resistente Bakterien. Dort gibt es inhaltliche und auch personelle Verflechtungen, die auch sogar zur Mafia hinkommen. Und das ist mein dringender Appell auch, dass wir dieses Mal ein Buch rechtzeitig haben, in dem das Ganze auch wirklich völlig richtig klar mit den Beweisen, mit den Originalabbildungen auch belegt ist. Und das am besten noch vor Weihnachten. Und das muss jetzt einfach mal kommen. Denn es war so dermaischen tragisch, als ich dieses Interview gegeben hatte im Dezember 2018 und gesagt habe, für 2020 rollt eine Panik auf uns zu. Es wird halt die Firma Immersion Biosolutions beteiligt sein. Es wird Fuad Elhibri beteiligt sein. Das ist genauso gekommen. Das war zentral. Und jetzt wird es National Resilience sein. Und es wird Christopher Darby sein. Und um noch einen zweiten Namen zu bringen, der wichtig ist und auch diese Verbindung auch von dem Alten zum Neuen Verbrechen auch bringt, das ist der Geschäftsführer, der CEO von National Resilience. Und sein Name ist Rahul Singhvi. Und Rahul Singhvi ist nicht nur jetzt CEO von National Resilience, der war auch CEO von Novavax. Und genau das hatte ich ja schon. Der Impfstoffunternehmen, ja. Ja, genau. Und Novavax, das habe ich ja schon einige Male auch vorher gesagt, da ist einer der Direktoren Michael McManus. Und Michael McManus, das konnte ich ihm nachweisen, ist nicht nur Direktor der Impfstofffirma Novavax, sondern auch halt ein Waffen- und illegaler Drogenhändler. So, jetzt haben wir dort Mafia-Verbindung, ja, genau wieder zusammen. Michael McManus, Rahul Singhvi, Christopher Darby und im Zentrum steht National Resilience. Jetzt kann man sich sozusagen aussuchen, ob man künftig einen Impfstoff nimmt von der CIA oder von einem offiziellen Mafiosi. Ja, in der Tat. Und es gibt dazu auch Gerichtsakten auch dazu. Also, das ist wirklich, ja, eine ganz, eine ganz wilde Story auch dahinter. Michael McManus war mit dem Drogenkartell Atlantis-Kartell auch verbunden, ja, hat dort gearbeitet. Und die haben die Mutter des kanadischen Präsidenten Justin Trudeau mit Kokain versorgt. Das ist bekannt, ja. Und wir haben es hier mit wenigen Verbrechern zu tun. Das muss man einfach sehen. Und wir können das belegen, wir können das ausbreiten, auch halt mit der Hilfe, dass wir das jetzt auch wirklich im TV ausbreiten können, um die Menschen frühzeitig zu warnen. Deswegen, wenn wir uns auf einige Kernleute, nicht, das sind nur die operativen Leute, aber immerhin, wenn wir uns auf die konzentrieren, dann können wir diesem organisierten Verbrechen wirklich halt ein Bein stellen. Das Wichtigste sind eigentlich die Fabriken selber, so wie Emergent Biosolutions, jetzt halt National Resilience mit ihren Standorten. Denn das können die nicht einfach so wechseln. Ich habe hier ein Zitat in Vorbereitung herausgenommen, weil er genau die Thesen auch wiedergibt in den USA, die Sie jetzt gesagt haben. Dass beispielsweise die großen Pharmaunternehmen nur Schaufensterdekoration für eine riesige militärische Operation waren. Dass das Pentagon eben nicht draufschreiben wollte, auf die Impfungen herausgegeben und produziert vom Verteidigungsministerium, sondern dass sie Moderna und Pfizer bezahlt haben. Um, so sagt Kennedy, hier wirklich Kampfstoffe, militärische Produkte in Umlauf zu bringen, die dann als pharmazeutische Produkte getarnt wurden. Also man sieht, überall global werden hier Dinge aufgedeckt, werden in die öffentliche Debatte gebracht. Und das führt auch dazu, dass sich das Regime zurückziehen muss. Immer wieder die Pläne ändern muss und dann entstehen Fehler, die wieder der Aufklärung Möglichkeiten geben einzuhaken. Das bringt uns zum Schluss unseres Interviews, dass wir am Ende einen Ausblick wagen in den letzten Minuten. Welche Risiken und Chancen sehen Sie denn in den nächsten Jahren? Ja, also tatsächlich, es gibt Risiken und Chancen. Und die größte Chance, das Beste, was sich eigentlich in diesen drei, vier Corona-Jahren gebildet hat, wo ich positiv auch überrascht war, das sind kleine Gemeinschaften überall in Europa, die sich flächendeckend zusammengesetzt haben. Das ist so wie gallische Dörfer, so wie bei Asterix und Robelix. Das sind meistens so Personen, um die 30 Menschen, mal 15, mal 45, mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten. Viele sind stark, aber es fehlt der Zaubertrank. Und der Zaubertrank, das ist die Aufklärung. Das ist die mediale Verbreitung, wie hier. Und das ist auch die Spitzenforschung, die in Büchern abgedruckt werden muss, um den Zaubertrank der Aufklärung zu machen, der diese Dorfbewohner wie Asterix, Obelix, die anderen Dorfbewohner eigentlich unbesiegbar stark macht. Denn zusammen, wenn wir das spüren und merken, dass wir viele sind, dass wir auch überzeugt sind, dann haben wir die Kraft, dann können auch alle aus diesen gallischen Dörfern auch mal zusammenkommen, so wie wir das halt im August zweimal hintereinander geschafft haben mit über einer Million Menschen am 1. und 29. August. Wir können uns nur auf uns selber verlassen und deswegen am Ende halt auch mal eine Formel, nicht mehr bei den Verbrechern kaufen, nicht mehr für die Verbrecher arbeiten, eigene, unabhängige Strukturen schaffen, damit wir nicht mehr erpressbar sind. Und das geht halt über wirkraft.net. Das nehmen wir als Schlusswort. Heiko Schöning, danke vielmals, dass Sie hier waren, dass Sie hier sind, dass Sie uns wieder Rede und Antwort gestanden sind, wieder spannende Einblicke gegeben haben. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank und alles Gute. Und danke, dass Sie dran geblieben sind. Bis zum nächsten Mal bei Auf1. Bis zum nächsten Mal bei Auf1.